Der Messerangreifer aus Nürnberg ist immer noch weiterhin auf der Flucht. Jetzt kommt aber raus, dass es ein paar Stunden zuvor in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bereits schon einen Messerangriff gegeben hat in Nürnberg. Wir gucken uns das Ganze gemeinsam an. Moin zusammen, ich bin Olli für Christian Content. Jetzt ein Abo dalassen und auch herzlich willkommen an die ganzen zahlreichen neuen Zuschauer der letzten Wochen und Monate. Muss auch mal wieder sein, wenn ihr neu seid, wie gesagt, ein Abo dalassen. Und wir sehen jetzt hier diese Schlagzeile. Zwei Angriffe innerhalb weniger Stunden. Verletzte nach Messerattacken mit Küchenmesser. Ja, ist komisch. Ich dachte, wir hätten jetzt ein Messerverbot, Frau Faeser. Und vielleicht sollte man jetzt auch noch gänzlich alle Messer verbieten. Sprich Küchenmesser, so kleine Schellmesser für den Apfel. Steakmesser sind ja sowieso zu lang, über 6 cm Klinge. Viel zu gefährlich, sollte man definitiv nicht haben. Und wenn wir uns dies hier angucken. In Nürnberg ereignet sich am Mittwochmorgen ein mutmaßlicher Messerangriff an der Technischen Hochschule. Ich hatte ja ausführlich darüber berichtet. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, guck dir das gerne noch an. Das Opfer schwebt nicht in Lebensgefahr. Zum Glück nicht. Der Täter ist derzeit flüchtig. Und jetzt, wo ich das Video hier aufnehme, ist der immer noch flüchtig. Ich hoffe, dass ihr jetzt in die Kommentare reinschreiben könnt, weil es anders ist, dass er geschnappt wurde. Bislang, wie gesagt, nicht der Fall. Bereits am Dienstagabend musste die Polizei wegen eines Messerangriffs ausrücken, heißt es. So, und wenn wir uns jetzt den Fall hier von der Hochschule auch noch mal erst angucken. Ich aktualisiere jetzt hier auch permanent. Aber hier gibt es zum Nachmittag noch keine neueren Informationen. Messerattackern Hochschule in Nürnberg. Schulleitung kündigt Konsequenzen an. Okay, gucken wir uns das mal an. Welche Konsequenzen sollen das sein? Messerverbote an der Hochschule? Vielleicht Verbot, jemand anderen mit einem Messer Schaden zuzufügen? Hm? Hm? Naja. Heutzutage ist wirklich alles möglich. Noch immer fahndet die Polizei in Nürnberg nach einem Messerangriff an der Technischen Hochschule in Nürnberger Stadtteil Wörth nach dem flüchtigen Täter. Beim Opfer des Angriffs soll es sich laut Polizei angaben, um einen Mitarbeiter der Hochschule handeln. Der 34-Jährige kam mit Stichverletzungen im Bauchraum ins Krankenhaus, ist laut Polizeisprecher Robert Sandmann aber ansprechbar. Zum Glück, wie gesagt, scheint er offensichtlich nicht schwerer verletzt zu sein. Und das bei mehreren Stichen im Bauch, ist das schon eine ganz, ganz heftige Nummer. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach ärztlicher Einschätzung bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Nach Aussagen des Mannes habe ihn der Angriff überrascht, als er von der Toilette gekommen sei. Demnach habe ihn ein Unbekannter auf dem Flur angerempelt. Zurück im Labor habe er die Verletzungen bemerkt. Dort fanden die Ermittler ihn und ein kleines Küchenmesser, die mutmaßliche Tatwaffe. Ja, und so ein kleines Küchenmesser, so ein Schälmesser, was ich ja am Anfang des Videos schon angesprochen habe, das hat doch jeder irgendwo zu Hause. Wollen wir die jetzt auch verbieten? Ist das jetzt die Möglichkeit der Lösung? Soll das jetzt alles ändern? Ich wage es wahrhaft zu bezweifeln. Die Polizei sperrte das Hochschulgebäude am Mittwochnachmittag, um es mit zahlreichen Kräften zu durchsuchen. Da noch vorlesungsfreie Zeit sei, seien davon nur wenige Mitarbeiter betroffen gewesen, sagte Hochschulsprecher Matthias Wiedmann. Gegen Mittag konnten diese an ihren Arbeitsplatz zurückkehren oder aber ins Homeoffice. Ich hatte ja darüber berichtet. Das wurde ja von der Hochschulleitung offensichtlich angeboten. Interessant dazu ist ja auch, oder zum Glück muss man sagen, dass die Hochschule vorlesungsfreie Zeit gerade gehabt hat, sodass jetzt nicht noch irgendwie auf den Fluren oder sonst wo oder irgendwie andere Situationen, ich will sie gar nicht ausmalen, da beginnt schon das schlimme Kopfkino, hätten passieren können. Mittlerweile gibt es auch eine leicht aktualisierte Täterbeschreibung, die habe ich genau bei der Polizei höchstpersönlich gefunden. Hier ist das nämlich. Die hat nämlich bei Ex was gepostet dazu. Am heutigen Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr kam es in der Georg Simon Ohm Hochschule in Nürnberg zu einem Angriff auf einen Mann. Hierbei soll ein bislang Unbekannter den Geschädigten mit einem Küchenmesser verletzt haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte. So, und die Täterbeschreibung? Männlich, ca. 1,85 groß, 30 bis 40 Jahre alt, dunkel gekleidet, T-Shirt, das wissen wir, lange Hose und leichter Bart. Also ich nutze meine Reichweite hier auch mit nur so einem kleinen Hinweis wie leichter Bart, lange Hose, nochmal extra explizit, in der Hoffnung, dass dieser Kandidat geschnappt und gefasst wird und dann seiner zuständigen, richtigen Strafe zugeführt wird. Ja, so muss man das wirklich klipp und klar sagen. Mittlerweile haben auch die verschiedenen anderen größeren Zeitungen nicht nur regional darüber berichtet, wie zum Beispiel hier auch in der Bild, Mann vor Uni-Klo niedergestochen, Täter flüchtig hieß es hier zum Nachmittag. Und wir sehen es immer wieder häufiger, dass hier mittlerweile auch die Hunde genutzt werden, Man-Trailer-Hunde, um eben die Täter zu versuchen zu lokalisieren. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das Ganze funktionieren wird. Ja, und hier sieht man nach, das ist die schöne Statistik, die ich ja auch immer wieder erwähne. 13.844 ist die Summe aus 8.951 und 4.893 Fällen, nämlich als Körperverletzung erfasste Messerangriffe und die bei Raubfällen erfassten Messerangriffe. Das ist diese Zahl hier. Daraus bildet sich halt die Summe von 13.844 Fällen im Jahr 2023. Das ist halt schon absoluter Wahnsinn, ne? Körperverletzung und Raubüberfälle gemeinsam. Dann habe ich ja gesagt am Anfang, dass wir noch einen zweiten Fall haben, der nicht weniger schlimm sein könnte, Messerattacke. Polizei holt verletzte Frau von Balkon. Eigener Mann hat ihr in den Bauch gestochen, sorry, heißt es hier. Also ich frage wirklich, was ist mit der Menschheit nur los? Was ist mit den Leuten speziell in Deutschland nur los? Was haben wir hier für Leute rumlaufen, für Täter und alles? Selbst in der eigenen Familie geht es drunter und drüber. Nach einem Streit hat ein 54-jähriger Mann in Nürnberg, Leishammer, seine Ehefrau mit einem Küchenmesser angegriffen und durch einen Stich in den Bauch verletzt. Sie konnte auf den Balkon des Mehrfamilienhauses flüchten. Zum Glück konnte sie das, sodass sie dort von der Polizei im Endeffekt gerettet wurde, beziehungsweise der Feuerwehr, die mit einer langen Leiter dann, hier sieht man das, angekommen sind. Das musst du dir mal vorstellen, was hier abgeht. Mehrere Dutzend Polizisten rückten aus. Über die Kostensituation spricht ja auch nie jemand. Da spricht ja nie jemand drüber, was wir, da müsste die AfD wirklich mal eine Anfrage machen, dass man rausbekommt, wie die Kosten für Polizeieinsätze deutschlandweit sich entwickelt haben über die letzten paar Jahre wegen solchen Situationen. Weil nochmal, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren war das SEK nicht so viel unterwegs. Definitiv nicht. Wie denn auch, wenn es solche zehntausenden Fälle von Messergewalt und ähnlichen Delikten nicht gegeben hat. Klar, waren die auch mal unterwegs, wenn was Schlimmes unterwegs passiert ist und sonst was los war auf den Straßen, keine Frage. Aber in dieser Häufigkeit sieht es wirklich ganz anders aus. So, über eine Drehleiter befreiten Spezialeinsatzkräfte die Verletzte, die in ein Krankenhaus kamen. Lebensgefahr habe laut Polizei zum Glück nicht bestanden. Ihr Mann verschanzte sich nach dem Messerangriff in der Wohnung. Und hier sieht man das Spezialeinsatzkommando, was dann vor der Tür steht. Klopf, klopf, ist einer da? Ja, und wenn die klopfen, dann wird die Tür aber richtig geöffnet. Entweder von dir selbst oder von den Spezialeinsatzkräften. Die Tatwaffe, auch hier ein Küchenmesser, wurde sichergestellt und festgenommen. Der Mann war betrunken, hatte mehr als ein Promille im Blut. Tja Leute, was soll ich euch dazu noch großartig sagen? Ich habe auch nur über einen anderen Fall berichtet in Bonn, wo ein Täter auch noch aktiv war, ein Messerkandidat, den die Polizei dann angeschossen hat. Guckt euch das Video an, ist allerdings drüben im Olli investiert Kanal heute Mittag online gegangen. Danke fürs Zuschauen, wenn es was Neues gibt, erfahr das hier zuerst. Deswegen jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten und ciao.